Gammatingen ist eine Kleinstadt im Landkreis Siegmaringen in Baden-Württemberg. Geografie Geografische Lage Gammatingen liegt auf der Schwäbischen Alb im Teil der Lauchert, einem Nebenfluss der Donau. Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Gammatingen. Sie werden im Uhrzeigersinn genannt, beginnend im Nordosten. Frohnstädten, Langenenzlingen, Hertingen, Neufra, Burladingen, Trochtelfingen. Neben der Kernstadt Gammatingen mit rund 5000 Einwohnern zählen zur Gesamtstadt auch fünf Stadtteile davon die drei Teilgemeinden Feldhausen, Harthausen und Kettenacker zusammen mit der fürstlich hohen zollerischen Domäne Lusthof auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb, sowie Bronnen und Mariaberg. Geschichte Die historischen Wurzeln Gammatingens reichen bis in die Brossezeit zurück. Eine römische Fundmünze datiert in eine Zeit zwischen 341 bis 354 n. C.H.R. in der der Limes in der Region bedeutungslos geworden war. Der bekannte Spangenhemm von Gammatingen und weitere reiche Grabbeigaben aus einem Rheingräberfeld geben Aufschluss über eine frühe Besiedelung in der Merovinger Zeit. Der bronzevergoldete Spangenhemm aus dem späten 6. Jahrhundert aus einem alemannischen Fürstengrab bei Gammatingen befindet sich in der fürstlich hohen Solanschee-Sammlung in Siegmaring. Gammatingen wurde erstmals 1101 auf einer Urkunde des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen erwähnt. Damals gehörte der Ort den Grafen von Gammatingen, die auch Besitzungen im Oberengadin hatten. Später ging der Besitz an die Grafen von Wehring. Gammatingen wurde 1311 erstmals als Stadt erwähnt. Ab 1524 waren die Freiherren von spät zu zwiefalten Eigentümer. Dies dauerte bis 1806, als das Fürstentum Hohen Solan-Sigmaringen die Oberhoheit erlangte und Gammatingen preußisch-hohenzollerische Oberamtsstadt wurde. In der hohen Solanischen und später preußischen Zeit war Gammatingen Sitz von Oberamt, Amtsgericht, Forstamt und Katasteramt, quasi ein kleines Behördenstädtchen. In der Zeit des Nationalsozialismus befand sich in Gammatingen eines von fünf Lager des Weiblichen Reichsarbeitsdienstes im damaligen, preußisch-hohen Solanischen Landkreis Siegmaringen. Im Jahre 1940 wurden im Rahmen der Euthanasie-Tötungsaktion T4 von den NS-Machthabern 61 behinderte Menschen aus dem Heim Maria Berg nach Grafenegg verlegt und dort ermordet. Seit 1990 erinnert eine Gedenkstätte mit einer Stähle des Bildhauers Harald Walter mit dazugehörigen Texttafeln an diese Verbrechen. Auch eine Dauerausstellung im Bendiktinerinnenkloster informiert darüber. Im Kalten Krieg plante die NATO den sogenannten Fliegerhorst Gammatingen-Birkhoff zur Stationierung eines Jagdbombergeschwaders mit zwei Staffeln, des Typs F104G. Dieser sollte vier Kilometer südwestlich von Gammatingen entstehen. Die Planungen dauerten von 1958 bis 1963 und wurden dann aufgegeben. Das Vorhaben stellte sich als baulich zu aufwendig heraus. Neben den Problemen mit der Quellfassung für die Gammatinger Trinkwasserversorgung und den nicht unerheblichen Erdarbeiten gab es hartnäckiger Widerstand des Besitzers der Domäne Birkhoff. Die ehemals selbstständige Gemeinde Harthausen bei Feldhausen wurde unter Leo Leipat von 1967 bis zur Eingemeindung Bürgermeister von Harthausen, zum 1. Januar 1971 freiwillig in die Stadt Gammatingen eingemeindet. Am 1. Januar 1975 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Bronnen-Mariaberg, Feldhausen und Kettenacker eingemeindet. Die Einwohnerschaft von Gammatingen erhielt Wachstum von den Heimatvertriebenen der Nachkriegszeit über die Gastarbeiter und Zuwanderer der letzten Jahrzehnte, insbesondere aus Italien, dem früheren Jugoslawien, der Türkei, der ehemaligen Sowjetunion und von anderen Kontinenten. Nach dem Ende des laotischen Bürgerkriegs 1975 nach Gammatingen umgesiedelte Himan-Familien und Nachkommen bilden mit 77 Mitgliedern die größte Himan-Gemeinschaft Deutschlands. Politik Gammatingen ist Sitz des Gemeindeverwaltungsverbandes Lauchertal, bestehend aus Gammatingen, Neufra, Hettingen und Weringenstadt. Die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 2014 vom 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 50,6% zu folgendem Ergebnis. Am 8. März 2015 wurde Holger M. Järk mit 68,9% der Stimmen im ersten Wahlgang in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. Järk ist seit Mai 1999 Bürgermeister. Die derzeitige dritte Amtszeit von Holger Järk endet im April 2023. Karl Löffler, Marquard Spohn, Johann Georg Menz, Erwin Hirschle Seit 1999 Holger M. Järk, Blasonierung, Städtepartnerschaften Trégüe in Frankreich Seit dem 9. Dezember 2003 dem geht eine im Jahr 2008 erneuerte 20-jährige Freundschaft voraus. Kultur und Sehenswürdigkeiten Gammatingen liegt an der Hohenzoll-Landstraße und ist Teil der Ferienregion im Tal der Lauchert. Museen Das Städtische Museum im Alten Oberamt zeigt wechselnde Ausstellungen, die vom Arbeitskreis Museum Alter Oberamt gestaltet werden. Das Harthauser Heimatmuseum verwahrt viele Exponate der Heimatgeschichte, unter anderem einen Wegweiser, der an einen schlauen Benzinger Dorfpolizisten erinnert. Dieser hatte einen Gänsedieb überführt, in dem er nach den Schnebeln suchte. Bis heute werden die Benzinger Gaussschnebel genannt. Der Wegweiser war 1938 bei der Straßenkreuzung am Winterlinger Rathaus in Richtung Siegmaringen aufgestellt worden. Gammatingen besitzt eine historische Altstadt im sogenannten Oser mit Resten der Stadtmauer und des Stadtgrabens sowie im Altstadtkern bei der Stadtmühle die frühmittelalterliche Sankt Michaelskapelle. Besonders bedeutsam ist auch das Stadtschloss der ehemaligen freireichsritterlichen Herren von Späth, das heutige Rathaus. Nach Plänen des Architekten Pierre-Michel Dixner ist es 1775 unmittelbar an der Lauchert erbaut worden. Das ehemalige preußisch-hohenzollerische Oberamt in der Gämmatinger-Hohenzollernstraße wurde 2008 für rund eine Million Euro umfangreich renoviert. Das historische Gebäude wurde in den Jahren 1724-25 von dem Kaufmann und späteren Oberschultheis Heinrich Clavell errichtet. Der Eisenwarenhändler und größte bürgerliche Grundbesitzer richtete hier die Wirtschaft zum goldenen Adler ein. 1791 verkaufte er das Haus an Baron Marquard Karl Anton Späth und von da an wurde es als Obervogteiamt der Späthchenherrschaft in Gammating genutzt. Nach der Übernahme durch das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen 1827 und durch den preußischen Staat 1851 diente es als Oberamtsgebäude. Nach der Aufhebung des Oberamtes Gammatingen im Jahr 1925 wechselte die Nutzung. So war hier von 1933 bis 1936 die Kasekunden-Rathaus untergebracht. Danach die Landfrauenschule. Im Krieg wurde es als Reservelazerit und danach als Stabsquartier der französischen Besatzung Struppen genutzt und schließlich als Schulhaus für das Progymnasium und später für die Förderschule. Zum 1. Oktober 2008 hat die Sozialstation Weringen-Gammatingen die beiden unteren Etagen bezogen. Das zweite Ober- und das Dachgeschoss beherbergt das städtische Museum im alten Oberamt. Das Rathaus von Gammatingen befindet sich im ehemaligen Schloss der Freiherren Späth von Zwiefalten. Es wurde 1775 anstelle eines Schlosses aus dem 13. Jahrhundert in klassizistischem Stil von Pierre-Michel Dixnerd erbaut. Im Treppenhaus befindet sich das Andreas Brugger zugeschriebene Deckenfresko, die Morgenröte. Mehrere Räume sind noch im Zustand der Entstehungszeit. Auf der Terrasse zur Lauchert und an der Ostseite finden sich acht allegorische Sandsteinplastiken von Johann Georg Weckenmann. Der Fachwerkbau gegenüber, genannt Schlössle, wurde um 1550 erbaut und gehörte früher zum Schloss. Zwischen beiden Gebäuden befand sich das untere Stadttor. Im historischen Schlosssaal finden das Jahr über Kammerkonzerte sowie weitere kulturelle Veranstaltungen statt. Sakral bauten die katholische Mischelskirche inmitten des Osa. Gelegen kann auf eine über 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Der heutige Bau ist eine Stiftung von Dorothea von Rechberg spät aus dem Jahre 1589. Er wurde 1983 zum letzten Mal gründlich renoviert. Dach und Dachstuhl Zeugnis der Handwerkskunst im 16. Jahrhundert waren sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund wurde im Januar 2009 der Förderverein Mischelskirch gegründet. Im Mai 2009 konnten die Ausgrabungen der romanischen Fundamente bei der Michaelskirche abgeschlossen werden. Diese Fundamente gehören zu einer weiteren bisher unbekannten Mauer romanischen Ursprungs, welcher einer Vorgänger-Basilika um 1000 n. chr. zugeordnet wird. Der historische Dachstuhl und das Gebäudeinnere wurden renoviert, das Dach neu eingedeckt und der in Schieflage der Athenekirchdorm restauriert. Bei Ausgrabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg wurden 2010 Mauerreste, Fundamente und eine Treppenanlage gefunden. Die klassizistische Kirche Sankt-Leodega entstand im 16. Jahrhundert auf der Stelle einer früheren Kirche. Diese erste Kirche wurde wohl im 14. Jahrhundert erbaut. Einzig der Turm ist von ihr erhalten geblieben. Die neue Kirche wurde 1803-04 umgestaltet und 1996 innen renoviert. Als Baumeister gilt der Wegbereiter des Frühklassizismus in Süddeutschland Pierre-Michel Dixnatt. Die Fehlerkapelle wurde 1990 durch eine umstürzende Weinbuche zerstört und von Gemmertinger Bürgern wieder aufgebaut. Das Benediktinerinnenkloster Maria Berg, das 1265 gegründet worden war, wurde 1802 im Rahmen der Säkularisation aufgehoben und fiel an das Königreich Württemberg, wo es dann zusammen mit Bornen eine selbstständige Gemeinde im Oberamt Reutlingen bildete. Die ehemalige Klosterkirche Maria Berg ist auf das im Mittelalter gegründete Kloster Maria Berg zurückzuführen. Der Neubau der Kirche erfolgte im Jahr 1683. Es wird als Barockjuwel beschrieben. In der Tat ist die Kirche mit meisterhaften Hoch- und Seitenaltäre sowie einem schönen Kurbogen-Kruzifix von 1688 ausgestattet. Die Josefskapelle im Ortsteil Bronnen wurde 1708 erbaut und weist eine reichstuckierte Langhausdecke, sowie ein zweigeschossiger Altaraufbau mit Leinwandbildern von Franz Josef Spiegler auf. Die Kirche Sankt Nikolaus in Feldhausen wurde im Stil des Rokokos 1739 erbaut. Die gotische Mutter Gottes auf einer Mondsichel stammt aus der Zeit um 1500. Die Kirche ist geschmückt mit Altären von Balthasar Wild. Die Kirche Sankt Johannes Baptist in Harthausen erbaut 1659 weist Stillelemente aus fünf Jahrhunderten auf. Die Kirche Sankt Martin in Kettenacker ursprünglich von 1628 wurde 1955 neu gebaut. Sie ist ausgestattet mit Rokokoplastiken, Stuckarbeiten und einem Ölbergbild. Sonstiges Das alte Rathaus ist ein denkmalgeschütztes Gebäude von 1806 neben dem Gelmattinger Schloss dem heutigen Rathaus. Es trägt diesen Namen, weil sich an dieser Stelle vor 1800 DK Sekunden Rathaus der Stadt befand. Das dreigeschossige Wohn- und Geschäftshaus mit Mansart-Walmdach diente viele Jahre als Zeitungs- und Tabakwarengeschäft, wurde zwischenzeitlich verkauft und soll mit dem neuen Schlossflügel und dem Rathaus ein ansprechendes Ensemble bilden. Das Gebäude ist in vielen Teilen noch original und stilecht erhalten und verfügt über Wandvertefelungen und Stuckdecken. Was in den 1960er Jahren verändert wurde, insbesondere den unteren und vorderen Teil der Fassade, muss laut Denkmalamt rückgebaut werden. Das ehemalige Rad- und Schulhaus im Ortsteil Bronnen wurde in den 1980er Jahren zum Bürgerhaus umgestaltet. Dabei wurde lediglich im Erdgeschoss eine Veränderung der Raumsituation vorgenommen. Die weiteren Geschosse und insbesondere das Dach waren in einem desolaten Zustand, was eine energetische Grundsanierung nach sich zog. 2011 wurde das multifunktionale Dorfgemeinschaftshaus neu eingeweiht. Auf einem markanten Felsvorsprung im Fehlerteil südlich von Gammatingen liegt die Ruine Baldenstein, auch altes Schloss genannt. Am Weitele gegen Bronnen befand sich die Burg Hustneck. Ihr gegenüber links der meandernden Lauchert stand an der Steghalde gegen Bronnen die Burg Mündelstein. Auf dem Wendelstein mit einem Aussichtspunkt über das Lauchertal wurde 2004 vom Schwäbischen Alpverein ein neues Kreuz aufgestellt. Die Geschichte des Kreuzes geht bis ins Mittelalter zurück. 14 Bildstücke bilden einen Kreuzweg zwischen den Ortsteilen Harthausen und Feldhausen. Naturdenkmäler Naturschutzgebiet Fehlertal Der Teufelsdorfelsen zwischen Gammatingen und Hettingen ist ein als Naturdenkmal eingetragener Jura-Felsen mit toratigem Durchbruch. Der Teufelsdorfelsen dient als Aussichtspunkt auf das Lauchertal. Am Heiligen Bühl mit 770 Meter Ü. N.N. eine markante Kalkuppe Auf der östlichen Hälfte der Gemarkung Gammatingen findet sich eine seltene Alp-Magerrasenflora mit Silberdistel, Enzian, Graslilie, Karthäuser, Nelke und vielen anderen auch weniger auffälligen Blütenpflanzen, sowie eine Wacholderheide und ein Kapellenstandort. Auf einer mageren Wiese in Mariaberg wurde 1993 durch den Gammatingen-Alpverein eine Streuobstwiese angelegt. Es wurden damals 44 Bäume alter Sorten gepflanzt. Einmal im Jahr Ausgangswinter werden die Bäume geschnitten. Auf Gammatinger Gemarkung befindet sich die Anna-Höhle und Fohlenloch. In Gammatingen gibt es die Alp-Lauchert-Schwimmhalle und die Freizeitanlage an der Lauchert mit Kneipanlage, Barfuß-Leerpfad, Liegewiese und Badestrand. In Bronnen befindet sich der Themenspielplatz Mensch und Wasser, Wirtschaft und Infrastruktur. Als Unterzentrum im ländlichen Raum versorgt die Stadt ein Raumschaft von etwa 20.000 Einwohnern. Das Unternehmen Reifen Gögel erwirtschaftet am Hauptsitz Gammatingen mit 160 Mitarbeitern und 100 Fahrzeugen einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Der 1982 durch Bruno Gögel gegründete Reifengroßhandel hat bis zu 1,2 Millionen Reifen am Lager. Der öffentliche Nahverkehr wird durch den Verkehrsverbund Neckar-Alp-Donau gewährleistet. Die Stadt befindet sich in der Wabe 439. Für die Stadt selbst gilt der Stadttarif 39. Der Bahnhof Gammatingen liegt auf der Strecke von Siegmaringen nach Burladingen und außerdem zweigt dort die Schwäbische Alpbahn in Richtung Trochtelfingen und Munsingen ab. Die Stadt bildet den technischen Betriebsmittelpunkt des Eisenbahnnetzes der Hohenzollerischen Landesbahn. In Gammatingen vereinigen sich die Bundesstraßen 32 und 313. Seit über 160 Jahren ist der Maria Berg KV ein überregionales Zentrum für Dienstleistungen in der Jugend- und Behindertenhilfe sowie Träger vielfältiger Angebote im Gesundheits- und Bildungswesen. Rund 1300 Mitarbeiter erbringen für rund 2500 Menschen passende soziale, schulische, therapeutische und medizinische Hilfen. In 14 Betrieben und Werkstätten werden 120 junge Menschen schulisch und oder beruflich ausgebildet. Die Stadtbücherei Gammatingen wurde im Jahr 1988 gegründet. Der Bestand beträgt inzwischen gut 20.000 Medieneinheiten. Gammatingen besitzt ein ländliches Schulzentrum mit zwei Grundschulen, eine Hauptschule mit Werk-Realschule, einer Förderschule, einer Realschule und einem Gymnasium. Außerdem gibt es zwei Kindergärten. Im Teilort Maria Berg befindet sich eine Sonderschule für geistig Behinderte, ein integrativer Kindergarten, eine gewerbliche und hauswirtschaftliche Sonderberufsschule sowie eine evangelische Fachschule für Sozialpädagogik. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Karl-Otto Harz Botanica Erwin Brugger Seit 1985 Träger der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben Karl Heinrich Risch, Gründer der Heil- und Pflegeanstalt Maria Berg Franz Josef Werner, Redakteur und Verleger der Laucherzeitung Hermann Anton Bandle, Straßbergermeister der Sakralen Monumentalmalerei Sein Nachlass von 468 Bildern ist im Besitz der Stadt Gammertingen Marius Reiser, katholischer Theologe Die Sonderschule der Katastrophe